Gut, das war's schon. Ich wünsche eine gute Unterhaltung. Vor langer Zeit lebte Maria in der Stadt Nazareth. Sie war mit Josef verlobt. Beide waren arme, einfache Leute. Eines Tages schickt Gott einen Engel zu Maria. Er soll ihr eine Botschaft überbringen. Sei gegrüßt, Maria. Wer bist du? Ich bin ein Bote Gottes. Fürchte dich nicht. Du hast bei Gott Gnade gefunden. Was willst du von mir? Gott hat Großes mit dir vor. Du willst ein Kind empfangen. Den soll ich dir den Namen Jesus geben. Ich bin die Magde des Herrn. Können so auf alles sehen. Können so auf, können so auf, können so auf alles sehen. Ihr lieben Sterne, kommt zu mir. Kommt her von nah und fern. Gemeintagswahlen wollen wir als großer Weihnachtsstern. Nun machen sich die Hirten auf und folgen dem Stern nach Bethlehem. Wer kommt jetzt nach Bethlehem. Und dann geht's dir nach Bethlehem zu sehen. Wer kommt jetzt in die kleine Stadt? Wo war ich eines ungeborenen Hals? Ich schenke dir eine Puppe. Danke, jetzt muss unser Kind nicht mehr fliehen. Ich schenke dir eine Puppe. Und hat in unserem Leben das helle Licht gebracht. Das Kind ist geboren in dunkler Winternacht. Und hat in unserem Leben das helle Licht gebracht. Es bleibt an unserer Seite, wo immer wir aufgehen. Und reden uns die Worte, kann es uns doch verstehen. So, ich hoffe, alle Kinder sind von ihren etwas unangenehmen Sternengesichtern befreit. Ja, also ich bin sehr zufrieden. Wir haben es gut zurückgespielt. Liebe, liebe Kinder, ich danke euch. Danke. 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 Danke.